Der Futuro E-Lift von Savico ist jetzt mein absoluter Favorite für einen Kastenwagen. Warum? Weil der richtig stabil montiert ist, also nicht auf dem Türplatz, sondern auf die Scharniere direkt mit der Karosse verschraubt. Ich kann hier durch eine Öffnung das ganze Ding wegklappen, ist natürlich auch abschließbar und kann dann schön sauber in mein Van hinten rein, um irgendwas zu verstauen oder eben zum drinnen wohnen. Wie der Name schon sagt, E-Lift, da ist praktisch ein eingebauter Elektro-Lift drin. Der ist zulässig bis 60 Kilo und ich kann das auf bequemer Arbeitshöhe aufladen und dann elektrisch mit Funkfernbedienung nach oben fahren, sodass die Lichter zu sehen sind und die Nummer darf leben. Bei dem Träger ist sogar die dritte Bremsleuchte vom Auto sozusagen integriert. Was auch ein super Vorteil ist, sind die Halter für die Reifen. Die sind hier verstellbar, die kann ich wirklich ganz genau einstellen, wo das Rad dann drauf kommt von der Halterung hier und kann es dann festzuhren, ähnlich wie bei der Snowboard-Bindung. Ich habe da richtig Druck und dann ist das richtig fest, auch mal über Geröll und so weiter. Das Ganze ist natürlich, wenn das Rad nicht drauf ist, abklappbar, sodass er schön flach hinten am Auto dran hängt. Möge Möge Möge